Ja, hinter mir seht ihr das Wasserschlösschen und hier findet heute die Freie Trauung statt. Total schnuckelig, richtig klein, übersichtlich. Ein total toller Ort, um sich das Jahrwort zu bilden. Hier findet nachher die Freie Trauung statt. Hier unten könnt ihr es eventuell sehen, da fahren die Schiffe vorbei. Ein total klasse Ort. Und wir befinden uns hier am Wasserschloss Hamburg. Hinter mir seht ihr jetzt das Wasserschlösschen nochmal aus einer anderen Perspektive. Man kann sich hier einfach gar nicht satt sehen. Aus jedem Blickwinkel gibt es total unterschiedliche Eindrücke hier. Und wie ihr seht, die Gäste für die Freie Trauung treffen gerade ein. Man macht uns die ersten Begrüßungsgespräche. Ich denke mal, in ein paar Minuten werden die Gäste auch durch das Wasserschlösschen in den inneren Garten gehen und dann die Freie Trauung beginnt. Bis später. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, wir haben jetzt die Vorbereitung hier weiter gemacht. Es ist entsprechend vorbereitet. Wir warten jetzt darauf, dass die Freie Trauung da vorne gleich zu Ende ist. Und die Gäste rauskommen und dann können wir hier das Brautbar einmal toll überraschen. Und wir sind schon ganz gespannt, wie sich hier die Atmosphäre entwickelt. Eben haben wir hier auf diesen schönen Gebäuden, da waren schon die Balkone alle von voll, als sie hörten, dass da vorne ein Gesang stattfand. Total klasse. Nein. Ok. Vielen Dank. Schöne schывает! Oh, das ist toll. Bis zum nächsten Mal.